Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf SPORTOTAL. Der SV Rödinghausen in den weißen Trikots stößt an und spielt zunächst von links nach rechts. Das alte Leid beim SV Strahlen, oftmals in den letzten Wochen eigentlich gar nicht so schlechte Leistung gezeigt. Und trotzdem am Ende punktlos dargestanden. Jetzt hat Cirillo rechts mal Platz. Ja, die Flanke ist gut! Ciaroba da in letzter Instanz. Ohne wirkliche Ideen. Jetzt kurz mal der Flanke für Vincent Schaub. Das ist schön gemacht in einer Bewegung. Und Marco Cirillo stehen da bereit, was hier leider in diesem Stadion von unserem Kommentatoren- und Kameraplatz nicht ganz so gut zu sehen ist. Das ist Cirillo. Ja, kurze Idee für Munsters. Damit hat bei den Gästen auf jeden Fall gar keiner gerechnet. Aber rechtzeitig ein Fuß dazwischen. Das ist Cirillo. Kann mal abschließen, Cirillo! Als er im September als vereinsloser Spieler hier nach Strahlen geholt wurde. Jetzt aber Rödinghausen. Das ist ein Macheta. Und das ist ihn in dieser Saison bisher oft genug abhanden gegangen. Cirillo. Schöne Seitenverlagerung für Hella. Die Fahne bleibt unten. Hella. Für Marta und wieder Cirillo. Vorher wirklich gut gelöst. Und dann mit einer Unkonzentriertheit das ganze Ding wieder dahin geschickt. Jetzt läuft aber der nächste Anlauf. Über Cirillo. Und Hella. Für Dünval Turan! Dünval Turan setzt sich da gut durch. Und kommt gleich wieder an den Ball. Dünval Turan. Geht da jetzt mal. Mit ordentlich Durchsetzungsfähigkeit. Schöner Seitenwechsel. Kurzen. Da war deutlich mehr drin. Regionalliga-tauglich. Auch darüber wurde ja in dieser Saison schon oft diskutiert. Jetzt bringt dieser Kader überhaupt die nötige Qualität mit. Jetzt Hella. Marcel Hella! Wir kommen in der Jugend von Feyenoord ausgebildet. Der Junge bringt also einiges an Technik mit. Jetzt kennt Marta. Und Dünval Turan mit dem nächsten Abschluss. Nächster Heckball. Für Strahlen. Flottmann jetzt mal mit einer anderen Idee. Richtung Strafraumkante. Ja, der wird gefährlich. Als der Tabellen-Sechster aus Rödinghausen. Guter Ball für Marta. Kriegt er den noch? So gerade. Ken Marta. Mit Vicario. Starken Drangphase der Strahlener. Die jetzt wieder ein wenig nachgelassen hat. Jetzt aber mal wieder im Vormaß. Girello. Ja, warum nicht auch mal aus der zweiten Reihe. Und jetzt ist es vorbei. Der SV Strahlen und der SV Rödinghausen trennen sich torlos. 0 zu 0. Ja, Leute. Das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut. Okay.